Servus, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Necrocon und im Bild seht ihr gerade die Steam Winter Sales. Ja, sie haben begonnen und wir schauen doch einfach mal zusammen rein, was es da für Angebote gibt. Hier sehen wir zum Beispiel schon The Witcher 50 bis 85% reduziert. Das war auch der Grund. Irgendwer hat geschrieben Witcher 3 für 30 Euro, ich muss zuschlagen. So, wir schauen uns jetzt an, ob es da nicht vielleicht doch ganz gute Angebote gibt. Tia Spelunky für 374. Ja, wer sich dafür interessiert, das ist so ein bisschen so ein Cave-Spiel. Ich sag mal so, wer sich für, wie heißt der denn, The Binding of Isaac interessiert, kann da mal kurz reingucken. Also meins ist es jetzt nicht, aber für das Geld ist das schon vollkommen okay. Devil May Cry, das Franchise, klicken wir es doch einfach mal kurz an. Wir hätten hier DMC Devil May Cry und die Vierer Special Edition. Also ganz ehrlich hier, das Devil May Cry 4 für 15 Euro ist einfach zu teuer. Ist einfach nicht so der Hammer. Den Dreier kann man sich auf jeden Fall holen für 5 Euro, da macht man nichts falsch. Ist ein bisschen aufpoliert. Hm, warum nicht? Und auch DMC, das Reboot hat mir ja sehr gut gefallen. Also da kann man ruhig mal kurz reingucken. Ich fand das relativ super. The Witcher Wild Hunt für 29,99 Euro. Wenn ihr mit dem Gedanken gespielt habt, ich hätte ganz gerne The Witcher, holt es euch, Freunde. Metal Gear Solid V The Phantom Pain auf PC für 40,19 Euro. Start 60 Euro. Ist halt noch relativ neu. Klar, das Ding, das kostet immer noch ein bisschen was. Aber ja, damit macht man nichts verkehrt. Bei GTA zum Beispiel kostet auch noch 35 Euro. Fallout wurde gar nicht reduziert. Aber ich muss sagen, Just Cause 3 ist halt mit 40 Euro, es ist halt das neueste Spiel von denen, was ich jetzt aufgezählt habe, ist vollkommen okay. Also 40 Euro, hm, 20 Prozent reduziert. Kann man auf jeden Fall mal machen. Wäre jetzt aber alles auch nicht so ganz. Mainz, Mainz Rocket League habe ich letztens gespielt. Ist mir persönlich mit 13,99 Euro noch ein bisschen zu teuer. Aber wenn ihr auf kurzweilige Spiele steht und so ganz easy, das ist halt so Fußball, ich kann mal kurz reinklicken. Lass mal sehen, lässt er, ja, lässt er zu. Hier sehen wir auch ein kleines Video. Ich spiele ein bisschen vor. Also, das ist das Ding im Endeffekt. So. Hier sehe ich aber ein Spiel, das ich euch auf jeden Fall vorbehaltlos empfehlen kann. Und zwar, ähm, was mich jetzt interessiert, ist das das ganze Spiel oder ist das nur der DLC? So. Hm. Also das ganze Spiel würde wohl 15,19 kosten mit dem Upgrade. Weil ich habe das bereits installiert, aber ich habe, äh, das DLC nicht. Das ist im Endeffekt, das DLC lohnt sich. Also die 10 Euro sind es auf jeden Fall wert. Ähm, weil du kriegst da einfach neue Weltengeburt, neue Monster, neue Items. Du hast da wirklich nochmal mindestens 10, wenn nicht sogar 20, 30 Stunden Spielzeit, die du da reinstecken kannst. Okay. Was hätten wir da noch? Also Dark Souls 2, holt euch das Ding. The Witcher Trilogy für 34,39. Damit kommt ihr tatsächlich ein bisschen günstiger weg. Weil ihr seht, dass, äh, der zweite Teil 3 Euro kostet. Der erste 1,19. Also ihr spart hier einfach, oder? Spart man hier tatsächlich? Nee. Nee, tut ihr nicht. Oder? 3, 4, 19. Ist sogar teurer. Kauft euch nicht die Trilogy, kauft euch die Spiele einzeln. So. Ach, hier steht es ja auch. Einzelpreis der enthaltenen Produkte. Okay. So fair sind sie. Also ihr müsst halt 22 Cent draufzahlen, wenn ihr euch 2, 3 Klicks ersparen wollt. Den ersten Witcher Teil werde ich euch nicht empfehlen. Der zweite, okay. Der dritte. Wie gesagt, er ist aktuell. Wenn er euch gefällt, holt euch das Ding. Ich habe es nicht getan. Mit Skyrim für 3,74 macht man nie etwas falsch. Da kann man ruhig mal nachgucken. Bei den Star Wars Titeln bin ich persönlich raus. Es gibt sicherlich gute. Ihr seht, die kosten ja auch alle 3 Euro. Das ist vollkommen in Ordnung. Hier, wie heißt das? The Force Unleashed für 6 Euro. Da spielt man den Bösen. Beziehungsweise ist der zweite Teil, wie ich sehe. Kann man machen. Ist okay. Also, meins ist es nicht. Aber wenn ihr Star Wars Fan seid, schaut da auf jeden Fall mal rein. Ich habe ja selber keine Ahnung, was die hier so bieten. Ori and the Blind Forest für 11,99. Es ist zwar ein schönes Spiel, aber für den Preis. Wenn es unter 10 Euro wäre, hätte ich ja gesagt. Wenn ihr persönlich ein riesengroßer Indie-Fan seid, könnt ihr euch das Ding trotzdem holen. Das habe ich ja auch letzt Played. Ist halt trotzdem sehr, sehr schön. Ist halt wirklich schön. Aber ihr müsst halt gucken, was ihr ausgeben wollt. Nicht wahr? Ich versuche mich eigentlich relativ zurückzuhalten. Was haben wir hier noch? Portal 2. Ist das das richtige Portal? Sieht ganz danach aus. Okay, für 4 Euro. Ich habe mir ein Portal 1 geholt. Wenn ich das gespielt habe, werde ich mir irgendwann mal ein Portal 2 holen. Ein Portal ist immer im Angebot. Bei jedem Sale. Also, wenn man es sich diesmal nicht kauft, dann kann man es auf jeden Fall beim nächsten Mal tun. So, was haben wir hier noch? The Binding of Isaac, Rebirth für 8,99. Ein bisschen zu teuer, das gab es auch mal günstiger. Das kann ich euch auch empfehlen für 16,99. Shadow of Mordor. Kann man ruhig mal reingucken. Ist halt ein Herr der Ringe Franchise. Und wer Herr der Ringe mag, wirft da auf jeden Fall mal einen Blick rein. Black Ops, damit kann ich nichts anfangen. Left 4 Dead. Ja, ist halt so ein Online-Shooter. Hm, für 4 Euro macht man da sicher nichts falsch. Aber ich persönlich muss sagen, meins war es jetzt auch nicht. Borderlands für 7,49. Der Preis geht vollkommen in Ordnung für das, was ihr in Spielstunden kriegt. Da müsste ich mich aber auch ziemlich reinfummeln. Hätte ich persönlich jetzt keinen Bock drauf. Ich habe genug Spiele zur Zeit. Shovel Knight für 10,04. Ich bin halt wirklich kurz davor, mir das Ding zu holen. So, weißt du, wer Shovel Knight nicht kennt? Da, schau es dir mal an. Das ist halt so gemacht auf 8-Bit. Und es hat halt einfach einen fucking guten Charme. Ich mache das mal ein bisschen leiser. So. Können wir da auch ein bisschen spulen? Oh ja, wir haben so viel vom Spiel gesehen. Ich meine, die Musik ist ja schon mal mega geil. Ich bin mir halt noch nicht sicher, ob das Gameplay-Konzept mich reizt. Und vor allem, wie lang mich dieses Spiel an den Rechner binden wird. Also, da muss ich mal gucken. Vielleicht hole ich es mir noch. Ich habe mir heute tatsächlich schon was gekauft. Ich bin gespannt, wann es denn auftaucht. Da bin ich mir auch am überlegen, ob ich mir Dark Souls, die Prepare-to-Die Edition, für 5 Euro holen soll. Weil ich habe es tatsächlich nicht auf PC. Und mit 5 Euro machst du eigentlich auch nichts falsch. Okay. Also, das ist auch von mir eine klare Empfehlung. Ganz ehrlich, 5 Euro, das ist hinterhergeschmissen. Das ist ein Spiel für mich. Crypt of the Necrodancer. Für 4,94. Ne, lass mal. Das Spielkonzept ist halt irgendwie, du springst auf Feldern rum und... Ne, muss ich nicht haben. So, was haben wir hier noch? Bioshock Infinite für 7,49. Zuschlagen. Einfach nur zuschlagen. Da kannst du echt nichts falsch machen. Fallout 3, lass mal sehen. Das ist die Game of the Year Edition. Aber gibt's das denn nicht auch einzeln? Ähm, hier, genau. Fallout 3 für 2,50. Holt euch das Ding. Wer sich fragt, was die Game of the Year Edition ist, das ist im Endeffekt mit den DLCs. Oder dem DLC. Ich weiß nicht, ob es mehrere gab. Für mich hat sich das jetzt nicht gelohnt. Und ich hab mir das für 3 Euro geholt. Das Ding ist halt... Ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Und da hockst du halt wirklich auch ewig dran. Da steht auch, dass es für Windows 7 nicht so kompatibel ist. Aber ich hatte noch keine Probleme. Bioshock 2 für 4 Euro. Holen. Ohne zu fragen. Wenn ihr Bioshock mögt. Zack. Boom. Peng. Final Fantasy 7. Wer das noch nie gezockt hat, kann das hier mal machen, bevor das Remake rauskommt. Für 6,50 macht man auch hier nichts falsch. Und Morrowind, hm, also ist halt schon relativ alt. Da sag ich mal, da müsst ihr als Elder Scrolls Fan dabei sein. Alien Isolation mit 12,49 finde ich viel zu teuer. Das Ding für einen Fünfer wäre okay, aber alles darüber hinaus, nee, danke. Attila sagt mir nichts. Final Fantasy Type O HD. Da hab ich auch mal kurz gesehen, dass das ein komplett anderer Ableger ist. Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen so ein Nischen-Game, weißt du? Keine Ahnung, lohnt sich das Ding? Ich weiß es nicht. Da dürft ihr mir auch gern in die Kommentare schreiben, ob sich das für 12,50 lohnt. Entschuldigung, ich sag's mal so, bei einem Final Fantasy macht man nichts falsch, aber wenn's eben so ein Ableger ist, warum ist das so ein Ableger? Sprich, warum ist das kein großes Final Fantasy? Okay, was haben wir hier noch? From Dust kenne ich nicht. Seven Days to Die sagt mir irgendwas. Aber ich bin mir da auch nicht sicher. Prison Architect für 16,79, nee, find ich ein bisschen zu teuer. The Walking Dead Season 2. Für 5,74 Euro statt 22,99. Ja, da hast du das Problem, dass du dann halt alle Spiele kaufen musst. Was wollen sie für Dishonored? 3,74, holt euch das. Kann man echt nichts falsch machen. The Walking Dead. 5,74. Wahrscheinlich werde ich mir das tatsächlich holen. Ist halt Comic-Stil, aber es ist von der Grafik-Novel. Was das Ganze halt so geil macht, ist, dass die Entscheidungen hier tatsächlich einen sehr, sehr starken Einfluss auf das Spiel haben. Finde ich gut. Also ich bin mal am überlegen, ob ich mir das vielleicht nicht nachher noch hole. So, was haben wir hier noch? Worms Ultimate Mayhem. Ist das in 3D? Ja. Ist ganz spaßig. Für 1,94. Wer auf Worms steht, unbedingt kaufen. Ich habe Worms 3D noch zu Hause und bin damit noch voll aufzufrieden. Das kommt halt immer auf euren Geschmack und euren Geldbeutel an, nicht wahr? Wie viel Zeit ihr investieren wollt. Das Secret World, das hat letztens meine Freundin zum Wichteln geschenkt gekriegt. Da geht es irgendwie um die Templer, die Assassinen und die Drachen. Wenn sie denn Assassinen heißen. Und das ist halt irgendwie so im Realen. Das ist ein MMORPG. Und da gibt es halt irgendwie Monster in der realen Welt, wenn man so will. Schaut erstmal ganz interessant aus. Aber, ähm, ich weiß halt nicht. So MMO bin ich nicht so ein bisschen raus. Und wenn, dann wäre es da nicht sowas. Dann wäre es wirklich was sehr Fantasy-lastiges. Final Fantasy XIII. Ist mir schon klar. Warum werden die anderen Teile nicht angepriesen? Also irgendwie am Stück. Für 6,50 macht man hier absolut nichts falsch. Viele flamen den 13. Teil. Aber ganz ehrlich, das Ding ist vollkommen okay. Kann man mal spielen für den Preis. 40 Stunden Spielzeit. Pff, was willst du da mehr? Und gerade als Final Fantasy Fan kommst du da nicht drum rum. Wenn man es nicht gezockt hat. Man muss es halt mal gezockt haben, um seine eigene Meinung da kundtun zu können. Tomb Raider für 5 Euro. Überlegt nicht lange. Holt euch das Ding. Mega geiles Spiel. Der zweite Teil ist gerade aktuell. Äh, richtig, richtig gutes Spiel. Sehr cineastisch. Square Enix. Also wer Sachen gewohnt ist wie, ähm, na. Ich sag mal Hitman oder so. Ist auch von denen. Und das fühlt sich auch genauso gut an. Metro Last Light Redux oder 2033. Ich schätze mal, das sind zwei verschiedene Spiele. Hm. Ja, für 5 Euro kann man das schon mal machen. So, Batman. Game of the Year Edition. Wahrscheinlich mit all den DLCs. Und, äh, da gab's ja den mit Catwoman. Also Arkham City fand ich richtig cool für 5 Euro. Zuschlagen. Wer das noch nicht gezockt hat, auf jeden Fall angucken. Ich, das Stanley Parable für 2,39. Das ist so, dass das kein richtiges Spiel im klassischen Sinne ist. Es ist mehr so, dass da eine Geschichte erzählt wird und man läuft halt rum. Und der Sprecher aus dem Off, der reagiert halt auf euch. Er sagt zum Beispiel, Stanley ging nach links. Man geht ja aber nach rechts. Oh nein, ich, äh, ich hab mich gehört. Ich meine, natürlich, äh, Stanley geht nach rechts und so. Also, es ist einfach ein, ein, ein Game-Design-Novel-Meisterwerk, wenn man so will. Und für den Preis kann man sich das durchaus mal angucken. So, Mass Effect 2. Ihr solltet halt den ersten Teil gespielt haben. Die bauen zwingend aufeinander auf. Aber für 5 Euro holt euch das Ding. Wer es nicht gespielt hat. So. Kung Fu Strike. Was ist denn das? Für 1,50? Nee. Final Fantasy VIII für 6,50 kann man sich holen. Das zum Beispiel, das verstehe ich nicht. Alter, Turok für 16 Euro ist nicht. Vergiss es. Das Ding ist 2 Euro wert. Ich meine, zieht euch das mal rein. Okay. Kann ich das groß machen? Sieht man das? Ich weiß es nicht. Hat man das gesehen? Okay. Dafür zahlst du keine 16 Euro. Nur weil da Turok draufsteht. Tut mir leid. Ist nicht. Geht nicht. Grauenhaft. Ja, da ich es gerade nicht sehe, werde ich den Namen natürlich nennen. Es handelt sich um Lords of the Fallen. Oddlast für 5 Euro. Indie Gruselzeug zuschlagen ist auf jeden Fall gut. Drown, The Painted Tower. Was ist denn das? Kennt man das? Ist das ein Point and Click? Sieht so ein bisschen danach aus, oder? Sieht hübsch aus. Ich werde es mir mal angucken für 3 Euro. Absolut in Ordnung. Wenn das Gameplay taugt. Und wenn es wirklich Point and Click ist. Bei Point and Click machst du sowieso kaum etwas falsch. Meiner Meinung nach. Entweder ist es lustig, oder ist es wunderschön. Wenn es eins dieser Kriterien erfüllt, ist es einfach schon ein gutes Spiel. Saints Row für 5 Euro und 9 Cent. Saints Row ist so ein bisschen wie GTA, aber mit viel mehr Quatsch. Meins ist es nicht. Ich bin ja auch kein großartiger GTA-Spieler. Sims 3 für 13,59 finde ich auch zu teuer. Ich glaube, das Video, das geht noch eine Weile, weißt du? Es gibt ja auch kein Ende. Das ist Steam. Welcome to Steam. Jetzt wisst ihr, warum hier Leute so viel Geld verlieren. Mirror's Edge für 2,50 ein großartiger Titel. Parcours aus der Ego-Perspektive. Könnt ihr auf jeden Fall mal reingucken. Für 2,50 machst du nichts kaputt. Mortal Kombat X. Für 19,99. Ist noch relativ aktuell. Der Preis wäre in Ordnung, wenn man auf Mortal Kombat steht. Würde ich mal sagen. Weil es der beste Teil der Serie, soweit ich weiß. Das verstehe ich ja auch nicht. Final Fantasy VI für 13,04. Heiliger Bim Bam. Nee, Mann. Da holst du dir einen Emulator und spielst das auf dem Super Nintendo. Dann hast du halt nicht die Cutscenes, aber scheiß drauf. So, Liberty City. Ja, ist wie der GTA. Springe ich mal weiter. Star Wars 3 von Lego. Habe ich auch nie so Kontakt damit gehabt. Hat halt immer coolen Humor. Aber nee, muss nicht sein. Ultra Street Fighter 4 für 9,51 Euro. Ich muss ja sagen, ich komme mit dem neuen Street Fighter komme ich nicht klar. Deswegen bin ich da raus. Leider. So, Batman Arkham Origins für 5 Euro. Da muss ich halt sagen, die Origins-Spiele sind nicht so gut wie die, ähm, beziehungsweise der Ableger, der kam ja als drittes raus, von Warner Brothers. Also holt euch lieber Arkham Knight, der schließt die Serie von Rocksteady ab. Und fand ich viel besser. Habe ich vorhin eigentlich gesagt, was ich mir gekauft habe? Monkey Island 2 für 2,50 Euro. Das ist auch ein Point & Click Adventure, wer das nicht kennt. Ich habe mir vorhin Lords of the Fallen geholt. Das habe ich ja schon gesagt, oder? Glaub ich schon. Zero Sam HD. The First Encounter. Für 1,50 Euro. Ist so ein Funballerspiel. Wer gerne rumballert, ohne wirklich seriösen Hintergrund, kann da mal reingucken. Spore ist so ein bisschen so ein Frauenspiel, behaupte ich mal. Ich kenne viele Frauen, die das gerne spielen. Ist so ein bisschen, kann man das Sims mit Aliens nennen? Naja. Das ist halt deine eigenen Kreaturen, die du erschaffst und bist halt irgendwie auf fremden Welten unterwegs. Du spielst halt quasi Gott auf irgendwelchen fremden Ländern. So, ähm. Scrollen sie weitere Empfehlungen. Ich finde halt sehr seltsam, was wird denn dann oben angezeigt? Ich finde es blöd, dass er immer wieder irgendwie hier anfängt. Dass man so weit runterscrollen muss. Nervt schon ziemlich. Das könnten sie echt mal besser machen. So eine ganze Auflistung. Ich finde es auch blöd, dass sie manchmal Bilder zweimal zeigen. Einmal groß, einmal klein. Das, was einen interessiert, das sticht einem sofort ins Auge. Von dem her ist doch egal, wie groß es ist. So, Oblivion. Boah, lass da bloß die Finger davon, ey. Das ist verbuggtes Fuck. Da habt ihr dann irgendwie einen Heiltrank, der nennt sich Feuerball. Metal Gear Rising. Wer gerne schnetzelt für 5 Euro, kann man mal machen. Gang Beasts, Alter. Das ist auch so ein Indie-Titel. Aber für 13,39 ist halt mega viel. Final Fantasy 4 ist jetzt mit, wie sagt man, mit 3D-Grafik und halt überarbeitet. Für 7,24 Euro finde ich das zum Beispiel schon, das ist okay, das kann man machen. The Evil Within für 8,99 Euro. Horrorspiel vom Resident Evil Schöpfer Shinji Mikami, kann man mal reingucken. Rage für 5 Euro ist okay. Ist halt so ein bisschen, man kann es mit Mad Max vergleichen. Ja, also so vom Stil her. Post-Apokalypse ist ganz okay. Age of Wonders. Ne, das mal. Das sagt mir auch was. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, was das genau ist. Hm, Kingdoms of Amalur. Das ist so, ich sag's mal so, es ist zwar ein Rollenspiel, ist aber relativ einfach. Das heißt, wenn ihr ein simples Rollenspiel wollt, wo ihr halt einfach ich sag mal die Stats so, keine Ahnung, Stärke, bessere Stärke, euch die Waffen ausrüstet und wo ihr euch nicht unbedingt so hart reinfuchsen wollt, dann macht das einfach mal. Das ist für 5 Euro absolut in Ordnung. Geht auch gefühlte 100 Stunden. Ähm, dürft aber halt einfach nicht zu viel erwarten. Ich kann mal kurz reinklicken. Gibt's da Bilder, hier so. Ist halt ein bisschen Fantasy, ist Comic-lastig. Sollte eigentlich ein MMO-RPG werden, aber dann hat man aus irgendeinem Grund gesagt, boah, nee, ich will nicht. Sieht richtig cool aus, meiner Meinung nach, aber es sind so Details wie fehlende Gesichtsmimik oder so, wo ich dann gesagt hab, ja, das reißt mich zu sehr aus dem Spiel raus. Das fand ich dann nicht so dolle. Castlevania Lords of Shadow Ultimate Edition, da ist wahrscheinlich, ähm, da sind die beiden DLCs mit dabei. Für 6,24 holt euch das Ding. Richtig gutes Spiel. Hitman Blood Money. Ich weiß nicht, wie es auf dem PC ist, ob es da irgendwie Fehler gibt oder überhaupt, wie es von der Störung her ist, aber 2,24, auch da machst du nichts kaputt. To the Moon für 1,60. Da siehst du mal, es gibt vollwertige Spiele für 1,60 Euro. Ist ein, ähm, RPG-Maker-Titel. Hat eine sehr, sehr schöne Story, hat sehr schöne Musik. Kann man sich mal angucken. So, Fearless Fantasy. Shadowrun für 2,99. Alice Madness Re-Ups, jetzt bin ich eins zu weit nach oben gesprungen. Alice Madness Returns für 2,50. Oh, es ist ein bisschen fehlerhaft. Der How to Survive, äh, für 1,50 ist es okay. Ist aber so ein bisschen, ich sag mal, ähm, Zombies trifft auf Diablo. Ja, das trifft es ganz gut. Das ist die pure Frechheit. Deadpool für 15 Euro. Das kannst du, alter, selbst 3 Euro wären zu viel für den Titel. Das hast du in 5 Stunden durch. Und auch nur, wenn du dir Zeit lässt. Die alten Tomb Raider, nee, lass da mal die Finger davon. Ist nicht so dolle. Ähm, Tales of Is, aber... Welcher Teil? Ich weiß es nicht. Is allgemein ist so ein, ja... Ein Action-RPG. Du rennst halt tatsächlich rum und benutzt seine Fähigkeiten. Amnesia, The Dark Descent für 5 Euro, kann man machen. Crysis 2, 4,99. Wenn man auf Ballerspiele steht, kann man da ruhig mal reingucken. Risen für 2,50 von den Gothic-Machern. Ähm, zockt ja der Hand of Blood gerade aktuell. Und für 2,50 so ein Rollenspiel ist okay. Wenn es keine Fehler hat, absolut. Wer Crysis noch nie gespielt hat, kann es jetzt für 3,74 Euro tun. Holt das nach. Ähm, Five Night at Freddy's 3, nee, lass mal. Also selbst für das Geld, nee. Soll ein Horrorspiel sein, aber... Muss nicht sein. Harways neue Augen für 2 Euro. Auch da muss ich sagen, da kannst du halt einfach nichts falsch machen. Haben wir hier noch irgendwie was. Sonic für 4 Euro. Nee. Final Fantasy 3. Sieht mega gut aus für den Preis. Absolut okay. Ihr müsst halt auch selber reinklicken. Klar, ähm, ich könnte jetzt überall nochmal reingucken und, äh, alles öffnen. Aber es ist halt so, ich, äh, verliere hier ja die ganze Zeit, äh, die Übersicht. Ähm, Hitman Absolution für 5 Euro. Holt euch das Ding. Absolut grandioser Titel, ist hier ein Reboot gewesen, ähm, weil hier ein neues Entwicklerstudio am Werk war. Und die haben halt einfach nur ein richtig geiles Spiel draus gemacht. Ich hab das geliebt. Ich hab's halt auf der Xbox. Transformers für 26,39. Nee, lass mal. Splinter Cell. Nee. Command & Conquer 3. Ich weiß nicht, mit den neuen Command & Conquers konnte ich gar nicht so viel anfangen. Auch das sieht optisch eigentlich ganz geil aus, aber ist, glaub ich, nicht meins. So von, von der Schrift her und so weiter. I am Brad. Das ist auch so ein Quatsch. Du steuerst halt wirklich ein Brot. Steuerung ist einfach nur pain in the ass. Brauchen wir nicht. Was haben wir hier noch? The Legend of Korra als Spiel. Aha. Doom 3. Hm. Das ist ja, glaub ich, ähm, genau. BFG Edition. Das ist Remastered. Hm. Es sieht halt nicht so viel besser aus. Also das Ding, das hat das Wort Remastered gar nicht verdient. Und für 7,49. Nee. Ist ein bisschen zu teuer. Deponia für einen Euro. Holt euch das Ding. Mega gutes Spiel. Da macht ihr auf keinen Fall was falsch. So, was haben wir hier noch? Octodad ist auch so ein, äh, Spiel, das sich scheiße steuern lässt. Manche stehen drauf. Far Cry 3, Blood Dragon. Ja. Für mich ein bisschen zu teuer, aber, naja. Kann man sich mal angucken. Hitman Contracts ist der dritte Teil. Mit dem hab ich persönlich damals angefangen. Macht aber ein bisschen Probleme auf dem PC. Also seid da vorsichtig. Brutal Legends für 1,50. Jack Black kommt in eine, boah, wie sagt man, in eine Metal-Welt, sag ich mal. Und, äh, seine Gitarrenklänge sind wie Zaubersprüche. Und, äh, schwingt da eine Axt. Ist mega lustig, hat einen tollen Humor. Ist aber ab der Hälfte, sagen viele Scheiße, weil das wechselt ein bisschen den Spielstil. Also man hat dann irgendwie mehr Strategie darin, statt diesem Hack'n'Slay. Und befehle ich dann irgendwelche Leute und das wird halt richtig langweilig dann ab dem Moment. Ducktales Remastered für 4,61. Kann man echt nichts falsch machen. Ist hübsch. Lässt sich gut steuern. Macht mega Spaß, auf dem Pogo-Stick rumzuspringen. Kann man machen. Alan Wake, wer es nicht kennt, für 7 Euro. Also, weil ich das Spiel gut finde, würde ich sagen, 7 Euro sind noch okay. Es sieht auch heute noch gut aus. Das Gameplay ist halt so ein bisschen, hm. Resident Evil Revelations für 9 Euro. Also, ich sag's mal so. Es hat ein sehr, sehr schönes, altes Herrenhaus-Feeling, obwohl es auf einem Schiff ist. Aber, die Story ist halt absolut die Gurke. Die ist, die kannst du nicht bringen. Nee, selbst für ein Resident Evil. New and Tasty Oddworld für 8 Euro. Wer darauf steht, meins ist es nicht. Kann man mal machen. Der Preis geht relativ in Ordnung. So, und jetzt fangen wir schon ein bisschen an, sich die Felder zu lichten. Die Thief-Spiele kann ich euch leider nicht empfehlen. Ist schlecht gealtert, hab ich gehört. Auch die alten Tomb Raider-Spiele, die stelle ich mir richtig ätzend vor. Gut, bei Deponia, der dritte Teil der Serie für 3 Euro. Hol's euch. Ohne Wenn und Aber. Besonders, wenn ihr Point-and-Click-Adventures mögt. The Cave. Hm, ist auch so ein Indie-Spiel. Das sagt mir was. Hier ist übrigens der zweite Teil, auch für 3 Euro von Deponia. Hm, The Cave, The Cave, The Cave. Ja, weiß ich zu wenig darüber, um wirklich sagen zu können, ob das jetzt, ob sich das für den Preis lohnt oder nicht. Call of Juarez, so ein bisschen schießen im Wilden Westen. Wer darauf steht, wirft da auf jeden Fall mal einen Blick rein. Cat Lady. Gott, das sieht so heftig aus. Kann ich das nicht irgendwie? Nee, kann ich nicht. Ich wollte irgendwie eine neue Seite aufmachen. Lässt er aber nicht zu. Overlord 2 für 2,24. Wer gerne kleine Minions befehligt, kann sich das ja holen. Castlevania Lords of Shadow 2 für 7,49. Hm, ich, boah. Das kostet halt normalerweise immer noch 30 Euro. Der zweite Teil ist halt leider gar nicht so gut. Aber wer jetzt, wie ich, besonders auf Castlevania 2 steht, kann da mal reingucken. 20 Stunden Spielspaß habt ihr hier auf jeden Fall. So, hier haben wir was von Halo. Keine Ahnung, was das Ding ist. Ähm, Royce sagt mir auch irgendwie was. Legend of Kai Anniversary. Das ist, glaube ich, auch so ein, ähm, bam, 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 so ein Jump'n'Run. So ein Plattformer. Ist okay. Wolfenstein für 7,49. The New Order ist richtig gut geworden. Für den Preis absolut in Ordnung. 85% reduziert. Falls ihr euch jetzt fragt, wie die auf die Reduzierungen kommen. Ja, das liegt halt ein bisschen an den Händlern. Hm, manche sagen, okay, du kannst unser Spiel so günstig vertreiben. Und andere sagen, nee, 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 nee. Deadpool soll immer noch 20 Euro kosten. Haha, Arschgeigen, ey. Broken Age ist ein Point-and-Click-Adventure. Für 5,74 habt ihr da auch nichts kaputt gemacht. Vollkommen okay. Frozen State. Hm, Viking sagt mir irgendwas. Aber, nö. Ich glaube, das ist auch so ein Heikenslay-Titel. Shadow Man, uraltes Ding. Das ist irgendwie hier veröffentlicht. Ja, genau, 2013. Das ist wahrscheinlich neu aufgelegt, 2013. Also, das ist nicht überarbeitet oder so. Das ist noch der alte Titel. Für 1,24. Puh, also, wenn ihr sehr, sehr alte Spiele mögt. Ihr seid da halt so ein Voodoo-Typ. Habt Knarren. Ist so ein bisschen im, ähm, wie sagt man? Im Tomb Raider-Stil. Ja, wer darauf steht, wirft da auf jeden Fall einen Blick rein. Spellforce kenne ich auch. Da war halt das Coole. Du hast irgendwie deine Stadt gebaut, äh, im, ähm, Strategie-Manier. Und hast halt knallhart, äh, so nah ran zoomen können, wie, wie bei einem First-Person-Shooter. Das war schon ganz cool. Evoland für 5 Euro. Hm, ja. Ist, ähm, ja, ist halt der Name Programm. Wird halt die ganze Zeit Evolution betrieben. Mit der Grafik und dem Sound und so weiter. Also, das ist so ein bisschen eine Hommage an Videospiele. Kann man mal reingucken. Ich würd jetzt sagen, ich kann da nicht so viel damit anfangen. Da ist mir nicht genug Fleisch zum Spielen dran, Freunde. Magica 2 für 6 Euro. Werft mal einen Blick rein, wenn ihr auf sowas wie Diablo steht. Ist nicht dasselbe, aber es geht zumindest ansatzweise in die Richtung. Aliens vs. Predator. Klassik 2000. Oh Gott, ihr kriegt da Augenkrebs. Aber das soll tatsächlich gar nicht so schlecht sein. Und für 1,24, das ist schon okay. Weißt du, auch so ein Turok. Das kommt ja ungefähr aus dieser Zeit. Und, äh, das kostet halt immer noch seine stolzen 15 Euro, oder was? Also für 1,20, 1,30. Das sind doch Preise, die können sich sehen lassen. Alles darüber hinaus ist halt einfach nur... Ne, danke. Ja, die Duke Nukem Spiele, wer gerne rumballert. Schaut euch einfach mal kurz an. Was haben wir hier noch? Ne, da sagt... Ha, Kung Fury? Gibt's da ein Spiel davon? Was ist das denn? An diesem Beat'em'up, okay. War ja ein Kickstarter-Film. Und fand ich eigentlich ganz gut. Auch wenn der Längerheit sein könnte, der ging nur 40 Minuten, oder was? Das Ziel war halt echt so 80er Jahre. Dr. Who, Adventure Games. Kenne ich auch nicht. So many me. Oh, das sieht so süß aus. Und der Preis sind 11,24 Euro. Auf Wiedersehen. Manche Leute finden auch Torchlight gut. Werft einfach mal einen Blick drauf, wenn ihr... Wie gesagt, in die Titel und so. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Der Witcher-Adventure-Game... Uah! Aufhören! Wo war das denn jetzt? Ach da. Der Witcher-Adventure-Game. Und von... Bum, bum, bum. Hm. Keine Ahnung, was das Ding ist. Ich dachte, das ist jetzt irgendwie... Derselbe Spiel, aber halt einfach nur als Point-and-Click-Adventure. Hätte ja sein können. Message Quest. Ja, hat nur einen sehr eigenen Stil. Hm, interessant. Dino Day. Ne, lass die Finger davon. Selbst für 99 Cent. Voll der Quatsch. Outland. Shadowgate. Final Fantasy V. Für 7,24. Auch hier, klar. Wieder zuschlagen. Ich find's halt blöd, dass wir manche Sachen einfach nicht geordnet haben. Hier haben wir Risen 2 für 5 Euro. Ist wahrscheinlich... Ich sag, besser als der erste Teil. Weil bei denen weiß man das echt nicht. Manchmal ist der zweite Teil bei denen auch schlechter. Watch Dogs für 15 Euro. Hm. Nee, nicht für 15. Zombie Beer. Das sagt mir auch überhaupt nichts. Zombie Party. Zombie Party. Disney ist Winnie the Pooh für 1,50. Genau. Das ist genau das, was ich haben wollte. Rack'n'Ruin. Sieht doch auch sehr interessant aus. So allein vom Bild. iZombie. Quite a different zombie game. Ach komm, für 50 Cent wisst ihr was. Ich erwarte nichts. Okay, ich hab nichts erwartet und wurde trotzdem enttäuscht. Nein, Spaß beiseite. Ich werde jetzt auch nicht weiter scrollen. Ich würde sagen, ich hab wirklich lang genug jetzt hier rumgestöbert. Für mich waren vielleicht noch zwei, drei Spiele dabei. Vielleicht hier dieses The Walking Dead. Da werde ich mal kurz reingucken, ob ich mir das vielleicht noch hole. Und das war's dann im Großen und Ganzen. Alles, was ich haben wollte, hab ich schon gehabt. Und grad hier, ähm, warte mal. Äh, Lords of the Fallen. Für 9,19. Absolute Kaufempfehlung. Das liegt einfach daran, weil das Ding immer für 15, 16 Euro angepriesen worden ist. Kostet immer noch. Oh, 45. Und, ähm, aus dem Grund sag ich, holt euch das Ding. Ja. Ist halt so ein bisschen wie Dark Souls. Nur schwächer. Sieht halt mega gut aus. Lässt sich gut spielen. Ist ein bisschen einfacher. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Spielen. Hat auch lang genug gedauert. Mein Name ist NicoCon. Das war der Steam Winter Sale. Vielleicht gibt's in den nächsten Tagen andere Aktionen. Dann werde ich vielleicht nochmal Folge 2 draus machen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.